Egal, was er sagt, er lügt. Lumi ist die hübscheste Frau der Welt. Wow. Mich so eiskalt anzulügen, Arschloch. Aber du wolltest das hören, hast du gesagt. Das habe ich nie gesagt. Oh, nee. Nein. Nein. Oh, nein. Warum? Womit haben wir das verdient? Was ist denn los? Weißt du, was uns letztens übelst genervt hat? Beim letzten Arc-Spiel oder bei was? Bei dem privaten Arc-Spiel, wo das mit dem Laufen nicht ging. Ich habe nie privaten... Ach so, auf dem zweiten Teil war es. Ja, ja. Ja, geht das jetzt auch im Normalen nicht? Nee, das nicht. Wir haben doch schon zusammen gespielt. Ach nee, du bist letztens ausgefallen, oder? Bist du ausgefallen? Letztes Mal bin ich ausgefallen, aber einmal haben wir schon zusammen gespielt. Wir haben nur einmal zusammen gespielt. Ja, auf dem privaten halt. Aber wir haben noch nicht auf dem Server gespielt. Also du und ich. Nee, aber das... Wir haben jedenfalls wieder so einen großen Dino, der bei uns rumläuft. Und dann wackelt der ganze Bildschirm, wenn du daneben stehst. Ich weiß, dass der nix macht. Aber das ist extrem nervig, wenn ständig der Bildschirm wackelt wie sonst was. Das verstehe ich gut. Das geht nicht darum, dass der nix... Dass der irgendwas machen will. Das ist einfach nur störend. Das war das erste Mal so, wo wir gespielt haben. Killt ihn halt. Ja, das geht nicht mit dem, was wir haben. Der one-shot uns nämlich alle. Das Wackeln ist hier. Guck mal, da ist ruhig Felix. Wenn wir... Lumi war noch gar nicht auf dem Server, ne? Du warst noch gar nicht hier. Nee. Ich hab sogar rausgefunden, wie man... Wie man Basen mit Etagen baut, Lumi. Finde ich nicht toll. Uh. Nein, einfach nicht schräger und dann obendrauf, wenn eine Wand rumsteht. Ja, Felix. Und ich bin erst mal kurz weg. Ich setze einfach meiner Freundin's Headset auf. Da kann sie euch ein bisschen zuhören. Oh je. Oh ne, ohne, ohne sprechen. Oder willst du sprechen? Nee. Oh je. Was bewirbst denn du? Was ich bewerbe? Alter, was ist das nervig. Ich krieg Kopfweh von dem Gerumpel. Ich bewerbe dich. Kann der mal aufhören... Was bewirbst mich? Kann der mal aufhören, auf unserer Basis irgendwie damit zu kuscheln und die zu knuddeln und da Sachen drauf zu machen? Muss ich die höher bauen, damit ihm das auf den Sack geht? Der läuft einfach drüber. Wenigstens macht er Sachen nicht kaputt dadurch, oder? Nee, aber das ist trotzdem unglaublich nervig. Wenn ich den Monsterhandspielen würde, würde ich den einfach nur umbringen, weil er mir auf den Sack geht. Bleiben die einfach an, wenn ich den angezündet hab? Anscheinend. Trau ich? Ey! Schiebt ihr mich hier hoch? Yo! Yo! Hilfe! Hilfe! Ich reite. Ich muss hier hoch. Wow! Dass du reitest? Der hat mich mit seinem Schwanz mitgenommen, da war ich auch mit dem Schwanz und dann bin ich plötzlich ganz woanders. Das klingt genauso verstörend, wie es war, als Erfahrung. Oh ja, bei dem Riesen-Dino. Das erinnert mich ja letztes Mal, ja. Was ist das denn? Ich habe mich jetzt eurem Stamm beitreten lassen, gell? Ja, ihr geblieben. Du bist jetzt... Du spielst schon ein Zwerg. Ich bin kein Zwerg, ich bin ich. Es ist mir eindeutig ich, so sehe ich im echten Leben aus. Ich bin ja eindeutig ich. Ich bin eindeutig... Hallo? Also guck mal, wie muskulös und kräftig mein Bauchmuskulatur ist. Ich war unkreativ. Und da haben wir einfach dein... Hast du angenommen? Ja, hast du. Sehr schön, das siehst du uns auch. Okay, schön, ja. So, nur, nachdem ich das letzte Mal wieder auf den Chat gehört habe und ein Spiel abgestürzt ist, höre ich nicht mehr auf den Chat. Äh, Felix, kannst du Klamotten für Lumi herstellen? Äh, ist falsch. Ich habe nur... Also eins frei, habt ihr ruhig zu können, ne? Stoffhandschuhe. Stoffhandschuhe und Stoffhut kann ich machen. Okay, dann muss ich einen Rest machen, dazu brauche ich aber Fasern. Ja. Fasern hatten wir ja letztens noch irgendwo. Also ich meine, es sieht cool aus, aber... Hast du was das Problem? Da oben ist es extrem nervig, von der Sicht. Warum habt ihr denn mich zumindest eine Reihe noch freigelassen? Ich bin mit meinem Kopf fast außerhalb der Decke. Nur meckern kann die Frau. Wenn du nicht so groß wärst, wäre das kein Problem, ja? Ich bin nicht so groß, ich bin so groß wie Felix. Ich fühl mich hier wohl. Es sieht beide aus wie so Zwergen. Wo ist denn Felix ein Zwerg? Es sieht beide fast gleich aus, sodass das Tuch so klein ist und Felix groß. Oh Mann. Hier Lumi, da hast du noch Sachen zum Anziehen erstmal. Bekleiden Sie sich erstmal, Madame. Wo komme ich noch gleich in den Taber? Nee. Gumi. Also oben ist halt wirklich Katastrophe. Gumi Level 2. Wo ist das Problem? Ich sehe die ganze Zeit nur den Hintergrund. Quatsch. Also ich kann hier alle Probleme durchlaufen. Es ist halt wirklich für mich kein Ding. Du hast mal jemand einen Clip für Ben, wie das bei mir aussieht. Ich glaube nicht, dass du diese Ansicht hier oben hast. Dann musst du dich halt hinsetzen und die Base umbauen hier oben. Aber ich mache es selber, wenn es jemand macht. Mach dann was weg. Ich würde es gerne wegmachen. Ich gehe hier wieder runter. Wie konnte man einen Speer werfen, Benni? Rechtsklick. Ah ja, alles Gute, Sif. Zum Geburtstag, ganz vergessen. Sif. Happy Birthday to you. Er ist gerade raus. Also ich weiß nicht, wann er noch da ist. Happy Birthday to you. Happy Birthday, lieber Sif. Du hörst das, ob du willst oder nicht. Das Problem ist, dass alle anderen es auch hören. Ja und? Das ist ja wohl eine Belohnung, wenn die das hören können. Ne, das ist ja wohl eine Belohnung, wenn die das hören können. So, ich bin auf Level 13. Ach stimmt, wir brauchen, wir werden einfach wieder Dino mal dingensen müssen. Wir müssen den Dino K.O. schlagen und den dann mit Narkosemittel halten und dann füttern, damit der, glaube ich, für uns übernommen wird. Ja. Jetzt ist die blöde Frage, wie wir das machen. Ist ne, für den Anfang der große Dino vielleicht ein bisschen heavy? Ne, den großen Dino wollte ich auch nicht machen. Der hat noch 100 Zeratops. Aber der hat halt Hörner. Also der, der einfachste ist, glaube ich, ein Fiomia, weil dafür hast du auch auf Level 5 den Sattel. Ja, ich dachte, du hast das hinten links reingepackt. Ja, da ist Leder drin. Ist doch richtig. Bin ich an der falschen Truhe? Ne, da ist kein Leder drin. Da ist Leder drin, einsichtig, ich seh's. Da, wo auch das Fleisch drin ist? Da bist du in der falschen Truhe, da ist kein Fleisch drin. Ganz hinten links. Ganz hinten links macht er die auf. Ich steh mich da vor, guck das an, mach's auf und da ist ein Lagerfeuer drin, da ist Holz drin, da ist Metall drin und ganz am Ende ist Leder drin. Bei mir sind da andere Sachen drin. Oder ich kann nicht drauf zugreifen, wenn du da vorstellst. Ne, ne Ahnung. Ach, ich bin noch ein Idiot. Du hast Tab gedrückt und nicht eh, oder? Doch, ich hab eh gedrückt. Ich dachte gerade, ich hätte aus Versehen Tab gedrückt, aber ich hab eh gedrückt. Also ich kann's dir auch rausholen, bei mir ist es da drin. Ach, ich bin wirklich ein Idiot, vergiss es einfach. Was hast du jetzt gemacht? Nix. Sag mal bitte. Nein. Doch. Nein. Doch. Ich hab falsch geguckt. Übrigens hast du noch 50 Sekunden den Knüppel aufzuheben. So, und jetzt was hast du gemacht? Ich hab falsch geguckt, ich hab links geguckt und nicht rechts. Ah. Das andere legen. So, jetzt ist die Frage, wo sind überhaupt Fiumias und, 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 was ist denn das da? Was? Das gelbe hier. Wo bist du denn? Wo hast du gerade noch neben mir? Jo, ich bin hier an den Hügel gegangen, weil da was gelbes oben in der Wand ist, aber da komm ich nicht ran. Ah, er hat's auch nicht auf episch gestellt, hab ich nicht. Ne, ich hab's auch, ich hab auf hochgestellt übrigens, weil episch bei mir, weil episch bei mir geruckelt hat, nur so als Hinweis an dich. Probieren sie einfach mal anwenden, und es stürzt ab. Honig sammeln. Wäre ich ja angegriffen, wenn ich, wenn ich Honig sammle? Moment, Lumisch ist abgestürzt. Nein, das war ein Scherz. Wenn willst du runterkommen, wenn ich schieße, einfach... Hilfe! Ah, das war keine gute Idee, das war keine gute Idee. Oh, oh, aua. Wie seid ihr? Ich bin tot. Also, dass wir... Ja, jetzt greifen die mich an, einwandfrei werden. Du bist doch in der Nähe geblieben. Ja. Wir tippen. Ja. Wir tippen. Ich spirale, wir tippen. Wir tippen. Wir tippen. Vielen Dank.